Moin Leute, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video. Heute geht es um das Spiel Bioshock Infinite. So sieht es mit dem Wendecover aus. Wenn er es im Laden stehen, sieht es eher so aus wie das Booklet hier. Und zwar habe ich das Spiel mittlerweile durchgespielt. Ich bin schon beim zweiten Durchgang dran, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. 1999 Modus heißt der. Und ich will euch heute ein kleines Meinungsvideo machen. Kein richtiges Review mit so einer Wertung am Ende, sondern einfach nur ein kleines Meinungsvideo, ein bisschen gelaber, wo ich euch so ein bisschen erzähle, um was es im Spiel geht, wie es mir gefallen hat. Ich erzähle euch erst ein bisschen so zu dem Anfang, wie das Spiel beginnt, dann wie die Atmosphäre von dem Spiel ist und natürlich wie das Gameplay ist. Dieses Mal ganz wichtig und am Ende natürlich allgemein, wie mir das Spiel so gefallen hat. Okay, das Ganze fängt eigentlich ähnlich an wie der erste Bioshock Teil. Es geht wieder mit einem Leuchtturm los. Ihr spielt dieses Mal nicht den Typen aus Bioshock 1 oder 2, sondern ihr spielt einen ganz neuen Charakter, der heißt Booker de Witt. Und der hat, so wird es einem jedenfalls am Anfang vermittelt, Spielschulden bei irgendwelchen Leuten. Er ist so ein Privatdetektiv, würde ich sagen. Und er soll eben ein Mädchen finden, das da heißt Elizabeth. Und er wird da eben von zwei Personen zu so einem Leuchtturm gefahren und er geht zu dem Leuchtturm hoch und auf einmal wird er in den Himmel geschossen und befindet sich in dieser Stadt über den Wolken, die sich Columbia nennt. Das ist eine total abgefahrene Stadt. Man bekommt schon gleich am Anfang mit, wie da der Hase läuft. Und zwar wird man am Anfang erstmal getauft und betet ab jetzt die Gründerväter an, die die USA quasi gegründet haben. Washington, Jefferson, Franklin und man lernt noch ein paar andere Personen kennen, die die da verehren. Und man merkt gleich, es ist eine ganz, ganz, ganz erzkonservative Gesellschaft, in die man da geraten ist. Und es kommt einem alles aber sehr, sehr toll vor. Alles so happy, alles schön. Und ja, so fängt das Ganze eigentlich an. Und wir sollen eben dieses Mädchen in dieser Wolkenstadt finden. Das Wichtigste an dem Spiel ist eigentlich die Atmosphäre, weil es ist echt, es ist gar nicht greifbar, wie ich euch diese Atmosphäre eigentlich, ja, beschreiben könnte. Es ist natürlich eine ganz, ganz surreale Stadt. Es ist eine Stadt, die fliegt in den Wolken irgendwie, die schwebt da, die steht da, ja, die kann sich bewegen. Es ist ein total gestörter, okkulter Glaube, den es da gibt an diese Gründerväter. Aber trotzdem, wenn ihr das Spiel spielt, das Ganze wirkt sehr real, ja, ihr kauft den Entwicklern das ab. Ihr sagt nicht, oh, ja, toll, eine Stadt im Himmel und die schwebt und die beten da irgendeinen Scheiß an. Das sagt man nicht. Man ist wirklich komplett in dieser Welt drin und kauft denen das komplett ab. Es wirkt richtig realistisch. Liegt auch daran, weil es sehr detailreich gemacht ist, ja. Es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, ok, das ist nicht liebevoll gestaltet worden. Ganz im Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Details, ganz viele verschiedene Personen, die ihr da trefft. Nicht nur Hauptpersonen irgendwie, die mit dem Spiel zu tun haben, sondern auch die Charaktere, die da sind, die da in den Läden arbeiten, die irgendwie am Anfang seid ihr auf dem Jahrmarkt, die sich diese Buden da anbieten, ja. Das ist alles ganz, ganz, ganz detailreich gemacht und auch so von den Bildern, die irgendwo rumhängen oder Plakaten oder was weiß ich. Alles sehr detailreich und deswegen richtig, richtig glaubwürdig. Das sind so Kleinigkeiten, sag ich mal, die da einen das so richtig ausmachen. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel die eine Kleinigkeit, die mir sehr gefallen hat und mir sehr ins Auge gestochen ist, ist in einer, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Mission, Level, Kapitel, Abschnitt, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwann im Spiel seid ihr in irgendeinem Haus und keine Angst, es ist kein Spoiler oder so. Da hängt auf einmal so ein Bild mit Lincoln an der Wand in diesem Theater. Ihr wisst ja, Lincoln ist erschossen worden und der wird so als Teufel dargestellt mit Hörnern und ganz böses Gesicht und was weiß ich. Und hinter ihm ist dieser, wie heißt er, Booth, John Wilkes Booth ist hinter dem, ja, der Typ, der ihn erschossen hat und wird so als Engel dargestellt, so mit heiligem Schein und was weiß ich, jedenfalls als Heiliger. Ja, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, so ganz komische Sachen, die das Ganze so richtig glaubwürdig machen, die die Atmosphäre richtig hoch halten. Und natürlich auch die ganzen Personen, die man da findet, die ganzen Charaktere, die man da trifft, die sind alle sehr detailreich gemacht, sehr greifbar. Ja, und wie gesagt, nicht nur die Charaktere, die man so irgendwie auf der Straße trifft, sondern eben auch die Hauptcharaktere, die man im Spiel sieht, wo man auch wirklich merkt, okay, das ist so und so. Wenn ihr das Buch 1984 gelesen habt oder den Film gesehen habt, werdet ihr da auch ganz, ganz viele Parallelen erkennen zu dem Spiel. Man sieht zum Beispiel in einer Szene sieht man ein Plakat mit einem Auto drauf, wo drüber steht irgendwie das neue Auto, bla bla bla, von 1984. 1984. Schaut mal den Film an oder lest mal das Buch durch, ist ein ganz, ganz, ja, ich weiß nicht, man fühlt sich unwohl, wenn man das Buch liest oder den Film guckt. Ist auch ein etwas älterer Film, könnt ihr ja mal machen. Also ich habe da sehr, sehr viele Parallelen entdeckt, vor allem schon deshalb, weil die Zigarettenmarke da genauso heißt wie im Buch, beziehungsweise so ähnlich. Zieht euch das mal rein, wenn ihr wollt, da werdet ihr ganz, ganz viele Parallelen zu diesem Spiel hier feststellen können. Von George Orwell ist das. 1984 heißt das Buch oder 1984, wenn ihr es auf Englisch euch durchlesen wollt. Wir finden wieder, wie in den ersten Bioshock-Teilen, finden wir auch wieder so ganz viele Geheimnisse, die uns eigentlich eher so näher bringen, was mit dieser Stadt passiert. Warum ist die hier und wer sind eigentlich diese Leute? Wir finden da diese Tonträger, insgesamt 80 Stück, die man da finden kann. Und wenn man die nicht findet, dann weiß man eigentlich gar nichts über die Hintergrund-Story. Man lernt da ganz viel über die Charaktere und weiß, okay, das und das ist mit der Stadt passiert und deshalb sind die so. Der hat dies und jenes irgendwann mal gesagt und deshalb handelt der so. Also wirklich sehr ausführlich gemacht und ich würde euch wirklich ans Herz legen, die zu suchen. Ich habe bis jetzt erst, ich glaube, 76 gefunden von 80, aber das sind ja quasi schon fast alle. Ansonsten gibt es auch dieses Mal ganz viel Propagandamaterial. Ihr könnt da euch hinstellen, ihr könnt die Plakate angucken, aber es gibt auch solche, ich weiß nicht genau, wie man die im Spiel nennt, solche Automaten. Da kann man sich hinstellen und reingucken und dann kriegt man irgendeinen kleinen Stummfilm gezeigt, sag ich mal, wo dann zum Beispiel das irische Problem wird da angesprochen, dass die Iren dieses Völkchen ein total skrupelloses Volk sind, die immer nur saufen und was weiß ich. Und da merkt man auch schon, was das für eine Gesellschaft ist, in der man sich da befindet. Das ist eben so eine Gesellschaft von, ja, richtig erzkonservativen Leuten, die diese ganz, 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 ganz alten Werte der USA vertreten, wo es Sklaven gibt, wo nur die Weißen wirklich so die Herrenrasse sind und frei sein dürfen und was weiß ich. Ich will nicht mehr dazu sagen, weil diese Atmosphäre ist einfach nicht greifbar in Worte zu fassen. Man muss das einfach gesehen haben. Und vor allem, ich sage es nochmal, es ist eine Atmosphäre, die nimmt man den Entwicklern voll ab. Man sagt nicht, boah, das ist ja voll weit hergeholt. Man sagt, pff, geil, genau so könnte es sein. Eine ganz, ganz wichtige Komponente ist natürlich das Gameplay. Wir haben wieder ganz Bioshock-typisch ein ganz normales Shooter-Gameplay. In der linken Hand habt ihr wieder diese Kräfte. Vigors werden die genannt jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie die Bioshock eigentlich genannt werden. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir hier die Kräfte. Zum Beispiel können wir Blitze schießen oder wir können Leute in der Luft schweben lassen. Oder was ich diesmal ganz geil finde, das habe ich sehr oft benutzt, sind Krähen, die wir aus dem Arm auf die anderen Feinde schießen können und die dann den Feind irgendwie auffressen oder was weiß ich. In der anderen Hand haben wir natürlich wieder irgendwelche Waffen. Es gibt wieder eine große Waffenauswahl, Maschinengewehre. Es gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Pistolen oder Raketenwerfer, Scharfschützengewehre etc. Und was wir nicht finden, und das ist in der heutigen Spielelandschaft fast schon selten, kein Pfeil und Bogen. Das musste ich jetzt einfach mal sagen. Ich musste es einfach sagen, sorry. Ja, und was dieses Mal vor allem mit reinkommt in dieses Gameplay, ist der neue Charakter, der noch mit uns spielt. Elizabeth, das Mädchen, was wir finden müssen, das kann ich euch ja schon mal sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, weil das sieht man ja auch in den Trailern und was weiß ich, ihr findet die im Laufe des Spiels, sogar schon relativ am Anfang, und die wird euch dann das ganze Spiel über begleiten. Es wird noch ein Level geben, da ist sie nicht dabei. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, keine Angst, natürlich auch ohne Spoiler. Und diese Elizabeth hat eine ganz, ganz coole Fähigkeit, und zwar kann die sogenannte Risse öffnen. Das ist auch ein, ja, ganz großes Element in diesem Spiel, dieses Raum-Zeit-Kontinuum, in dem man da so hin und her hüpft. Das ist sehr verwirrend. Ihr müsst das Spiel spielen, damit ihr es versteht, und ihr müsst auch krass aufpassen, damit ihr es versteht. Und zwar kann die Risse öffnen, die zu einer anderen Dimension führen, quasi zu einer anderen Zeit. Alles so ein bisschen physikalisch und vielleicht für einige verwirrend, ich glaube für jeden verwirrend, der das Spiel gespielt hat, aber trotzdem sehr durchdacht. Und ihr könnt damit irgendwelche Sachen aus einer anderen Zeit herholen. Zum Beispiel sind das Waffen. Das sind irgendwelche Maschinen, die euch helfen. Das können aber auch, keine Ahnung, sonst was sein. Nur um irgendein Beispiel zu nennen. Ihr könnt zum Beispiel Haken irgendwie erscheinen lassen, mit dem ihr euch dann, an die ihr euch dranhängt, und dann von oben runterschießt, und was weiß ich, ganz viele Sachen. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache, die neu dazukommt. Ansonsten, diese Elisabeth ist ansonsten auch sehr hilfreich. Es ist nicht so ein Charakter, der irgendwie dabei ist, und ihr müsst auf den aufpassen, und der macht nichts, und ihr steht da und denkt jetzt hier, mach mal was, Mädel. Sondern die macht wirklich was. Die passt erstens selber auf sich auf. Keine Ahnung wie, ist mir auch egal. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ihr müsst nicht auf die aufpassen, irgendwie beschützen oder so. Sie sammelt manchmal Sachen ein. Zum Beispiel wirft ihr euch manchmal Geld zu, sie wirft euch manchmal Munition zu, Gesundheit oder Salze. Das ist in dem Fall das neue Adam, mit dem ihr eure Kräfte aufladet. Und, ja, also ein sehr nützlicher Charakter, und vor allem auch sehr, ja, eine sehr starke Persönlichkeit, die euch eigentlich das ganze Spiel über begleitet. Was ich ein bisschen schade finde an der Stelle ist, durch diesen Charakter geht so ein bisschen dieses Bioshock-mäßige verloren. Ich habe in den ersten beiden Bioshock-Teilen, hatte ich immer so ein ganz, ganz, ganz beklemmendes Gefühl, eine ganz beklemmende Stimmung dabei. Und das hat mir, nur ein ganz kleines bisschen, hat mir das jetzt in dem Teil gefehlt. Aber es war nicht schlimm, weil es war eine neue Komponente dabei, und es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist absolut gerechtfertigt, dass dieses Mädchen dabei ist, ja. Ich finde es sogar ziemlich gut, eine sehr schöne Neuerung. Aber das merkt man in dem einen Level, wo sie nicht dabei ist. Ja, es gibt ein Level, da ist sie nicht dabei. Das ist ein extrem beklemmendes Level. Da merkt man einfach, was das ausmacht, wenn diese Person dabei ist. Es ist ein sehr düsteres Level, mit sehr vielen, also für mich persönlich jedenfalls, sehr viele Schreckmomente. Sehr gruselig alles gemacht. Und da hatte ich echt so komplett das Bioshock-Gefühl, was ich eigentlich in den ganzen Bioshock-Spielen sonst durchgängig hatte. Ich glaube, das ist ein ganz großes Element, ob man dieses Spiel, ich sag mal, alleine spielt, oder ob da noch eine Person dabei ist. Das fand ich sehr interessant, dass das wirklich so krasse Auswirkungen hat auf mich. Aber nur mal so nebendran bemerkt. Ansonsten eine sehr, sehr schöne Sache, dass die jetzt dabei ist. Vor allem eine Sache ist noch ganz schön, die kann euch nicht nur irgendwelche Sachen zuwerfen, die nützlich für euch sind, sondern sie kann auch Schlösser knacken. Ihr könnt im Spiel selber, könnt ihr während des Spiels eigentlich so Dietriche aufsammeln. Und es gibt verschiedene Schlösser. Lockpicks heißen diese Dietriche. Und ihr findet im Spiel verschiedene Schlösser, und die könnt ihr knacken. Das sind Saves, das sind eigene Räume, und da findet ihr dann irgendwelche Upgrades. Aber nur die Elizabeth kann die knacken. Also ihr seid dafür irgendwie zu doof. Aber die kann das. Das ist auch ne kleine, schöne Sache, wo sie zum Einsatz kommt. Und da kommen wir auch schon zu einem großen Punkt. der auch ganz Bioshock-typisch ist. Man kann wirklich mit jedem Scheiß interagieren. Ihr könnt irgendwelche Leute durchsuchen. Ihr könnt Mülltonnen durchsuchen. Ihr könnt alles durchsuchen. Ihr könnt mit allem interagieren. Ihr könnt irgendwelche Schallplatten auflegen. Ihr könnt das Ganze wieder ausschalten. Ihr könnt ein Radio anmachen. Ihr könnt es ausmachen. Ihr könnt sogar Wasserhähne auftreten und Klospülungen. Und wo ich gerade bei Radio war, etc. Achtet mal im Spiel auf die Songs, die ihr hört, auf die Lieder, auf die Musik. Ist ganz viel aus den 80ern dabei zum Teil, aber auch aus den 50ern. Und auch von heute haben sie ein paar Lieder reingeschmuckelt. Zum Beispiel Everybody Wants to Rule the World. Keine Ahnung, von wem das gerade ist. Oder Girls Want to Have Fun. Und so Zeug. Achtet mal wirklich da drauf. Ist sehr witzig. Also zu der Zeit 1912, wo der Spiel spielt, gab es diese Lieder natürlich noch nicht. Hat auch ein bisschen was mit dieser Raumzeitgeschichte da zu tun. Ansonsten, was auch noch eine schöne Neuerung ist, sind diese Skylines und diesen Skyhook, die man hat. Man kann da durch ganz Columbia eigentlich fahren. Man kann Attacken von oben ausüben. Also auch eigentlich eine schöne Neuerung dabei, die mir insgesamt sehr gut gefällt. Es ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, alle Neuerungen, die dabei sind, sind sehr sinnvoll und machen sehr viel Spaß und tragen sehr, sehr gut zum Spielspaß und zum Gameplay bei. Ja, zusammengefasst kann ich sagen, Bioshock Infinite ist eigentlich das beste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Ganz im Ernst, das Spiel ist mega geil. Wenn ich dem eine Wertung geben müsste, wäre das bestimmt irgendwie so 97 oder sowas. Weil es macht eigentlich, ich weiß nicht, ich kann das nicht in Worte fassen, es macht eigentlich fast alles perfekt. Wirklich ohne Witz. Es gibt kaum was, wo ich sage, okay, das kann ich kritisieren oder sonst was. Die Entwickler haben sich so viel Mühe dabei gegeben und es ist unglaublich, diese Atmosphäre, diese Stadt, in der man ist, diese Umgebung, die man den Entwicklern voll abnimmt und man sagt, ja, das ist so und die beten diese komischen Gründerväter an und da gibt es diese andere Fraktion, diese Vox Populi, die eher so anarchistisch sind und die bekämpfen sich und ja, das kaufe ich euch voll ab und das ist super gemacht. Die Charaktere sind geil. Also wirklich Leute, holt euch dieses Spiel. Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt sofort diese Ultimate Songbird Edition holen, die ich für euch ausgepackt habe und auch nicht irgendeine Special Edition oder so, aber ohne Witz, holt euch das Spiel. Das ist eins der besten Spiele seit langem, haben sogar Leute zu mir gesagt, die die ersten Bioshock-Teile nicht gut fanden. Also ich sehe hier sehr, sehr, sehr viel altes Bioshock drin mit ein paar Neuerungen und ganz viele Leute sehen aber auch irgendwie was ganz Neues drin, so ein Neuanfang der Serie. Ja, ansonsten, was vielleicht noch ganz interessant ist, bevor ihr das Spiel spielt, solltet ihr so ein bisschen minimal über amerikanische Geschichte wissen. Ich glaube, dann ist das Spiel interessanter, ja, dann weiß man auch, wer diese ganzen Leute sind, die die da anbeten, etc. Ja, das wäre es auch eigentlich. Ich kann, ich möchte nicht mehr zu dem Spiel sagen, ich könnte viel, viel mehr sagen, aber dann greife ich zu viel vorne weg und ihr sollt auch selber das Spiel noch ein bisschen erfahren und euch selber eine Meinung bilden, wie ihr es findet. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt, wenn ihr es gespielt habt, aber achtet bitte drauf, dass ihr keine Spoiler mit reinmacht. Das wäre sehr blöd für alle, die das Spiel noch spielen wollen. Und ja, ansonsten kann ich noch zum Ende kurz sagen, viele finden das Ende doof. Ich muss sagen, das ist eines der besten Enden, die ich jemals gesehen habe. Es lässt sehr viel offen, es beantwortet nicht alles so und sagt, okay, das ist so und das ist so, das Ende ist gut, das Ende ist böse. Es ist ein abgefahrenes Ende, ein total hirnzermaterndes Ende, ja, wo man, dass man gar nicht richtig greifen kann. Das stimmt, aber ich finde, genau das macht es eigentlich gut, dass so ein paar Fragen offen bleiben. Und ja, man versteht es nicht, man versteht das Ende nicht unbedingt. Ich werde mir das auch noch mal angucken und dann gucken, ob ich es vielleicht dieses Mal verstehe. Ja, das war es von mir. Ich verlinke euch noch das Unboxing zu der Ultimate Songbird Edition, wo der Songbird dabei ist, das Artbook etc. Verlinke ich euch hier nach dem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Bioshock, beziehungsweise auf YouTube, falls ihr jetzt noch irgendein anderes Video anguckt, wie ihr wollt. Bis denn, macht's gut, haut rein!